Moin, Mittwochsgedanken, Match Leadership Podcast. Mein Name ist Anja Niekerken und ich freue mich, dass du reinhörst. So, ich hocke hier gerade in meinem Hotelzimmer in Köln, komme von der Show eingeladen und bin natürlich mega inspiriert. Wobei, nee, es stimmt nicht, ich bin eigentlich mega müde, weil ich schlecht geschlafen habe, wie das manchmal so ist im Hotels. So, bevor ich mich hier jetzt verzettel, worauf wollte ich hinaus? Da ist mir eingefallen, dass es ein Thema gibt, das da heißt Qualität deiner Entscheidung. Und mir ist aufgefallen, dass die Qualität meiner Entscheidungen über die Jahre besser geworden ist. Das heißt, ich musste schon ein paar richtig schlechte Entscheidungen treffen, um meine Entscheidungsqualität maßgeblich zu verbessern. Ich konnte nämlich eine ganze Zeit lang auch mal nicht unterscheiden zwischen Mut und ja, los, wir machen jetzt einfach mal und Dummheit. Oder ich habe auch nicht immer gleich erkannt, was wirklich gut für mich oder manchmal auch damals für mein Team war. Ich bin auch über die Jahre als Führungskraft gereift, auch in der Qualität meiner Entscheidungen. Das heißt, mach dir mal nicht so viel Kopf darum, wenn du mal eine schlechte Entscheidung getroffen hast. Natürlich sollst du die Kuh vom Eis bringen, alles überhaupt keine Frage. Aber schlechte Entscheidungen gehören immer dazu, natürlich auch, dass du sie erkennst, klar, um die Qualität deiner Entscheidung langfristig zu verbessern. Perfektion ist eh nicht Schimäre, das wissen wir. Aber wie gesagt, die schlechten Entscheidungen tragen dazu bei, dass die Qualität deiner Entscheidung über die Jahre besser wird. Das war's für heute vom Natural Leadership Podcast. Jetzt werde ich irgendwie langsam mal aufstehen und mich fertig machen und nach Hause, nach Hamburg. Ich freue mich voll. Habe ich irgendwie noch einen Werbeblog? Nö, habe ich heute nicht. Habe ich keine Lust zu. Ist auch manchmal so. Muss man auch manchmal zugeben und kann Lust haben. Aber das soll eine neue Folge werden. Ich will ja nicht mal Pulver heute schon hier in dieser Folge komplett verschießen. Wo kommen wir denn da hin? So, mein Name ist Anja Niekerken. Das war der Natural Leadership Podcast. Und ich freue mich, dass du zugehört hast. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis zum nächsten Mal.